Hallo zusammen, willkommen zurück bei EA FC 25. Wir sind hier bei einer Evo, die sensationell gut aussieht. Sie gibt plus 20 beim Tempo. Sie ist für Innenverteidiger maximal 83 und sie ist kostenlos. Und wir sehen, es gibt nicht nur Tempo, es gibt auch Schießen. Es gibt leider nicht passen, es gibt aber Dribbling dazu. Das heißt also, gute Tempo-Boost und ein bisschen Dribbling. Das sieht sehr, sehr, sehr attraktiv aus für den einen oder anderen Innenverteidiger, der vielleicht das Tempo bisher nicht hat. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gucken, Ginter sieht ja grundsätzlich nicht so gut aus, aber wenn man dann schon auf 75 Tempo ist, sieht die Karte gar nicht mehr so schlecht aus. Also wirklich eine sehr, sehr interessante Karte. Werden wir uns auf jeden Fall machen. Wir gucken nochmal, wo müssen wir dann die Aufgaben machen. Ist das wieder in Rush? Wir gucken kurz mal. Ja, wir müssen dann Rush spielen, um die entsprechend zu bekommen. Und man muss sogar ziemlich viele Spiele gewinnen. Wird eine Herausforderung, aber wir haben jetzt eh viel Zeit zum Rush spielen. Wir haben nämlich auch bei Ziele wieder was Neues bekommen. Da haben wir Tempo runter. Da müssen wir zum Beispiel drei Spiele hintereinander hier gewinnen. Als eine Aufgabe in separaten Partien Tore vorbereiten und zehn Spiele davon spielen. Haben wir nur drei Tage Zeit für, also viel Spaß damit. Dann haben wir unter Meilensteine die Teamgrundlagen Rushen Saudi League, wo wir Gabriel Vega bekommen, einer der Jungen, der hingewechselt ist. Karte sieht, naja, es ist eine 84er, die wir umsonst bekommen. Können wir in Squad Battles oder Wivals machen. Angeknoten Schuss. Zehn Tore mit Rushen Saudi-Profi. Dann zehn Spiele machen mit zwei Roschen in der Startelf. Und davon sechs Gewinn. Sollte machbar sein. Ja, dann haben wir natürlich auch eine SBC dazu bekommen. Und dann war es das auch schon mit dem Content von heute hier. Die Prime Bronze Profi und Silber Profi Upgrades sind wieder neu dazu gekommen. Das Team of the Week Upgrade gab es schon. Und hier hinten haben wir dann Salem Aldav Zahri als SBC. Vier Sterne, fünf Sterne. Attribute sind okay, aber auch nicht super toll. Also davon haben wir schon einige Karten bekommen. Playstyles sind auch okay. Mehr nicht. Ist eine SBC, wird wahrscheinlich günstig sein. 84er und ein Team of the Week, das sollte man hinbekommen. Also mit Duplikaten irgendwie tauschen geht vielleicht. Klar, ansonsten ist es halt nicht gut zu linken. Also Saudi-League und dann entsprechend ein Spiel aus Saudi-Arabien wird schwer. Ja, gut. Dann war es das für den Content heute. Ich wünsche euch viel Peckluck. Bis dann. Ciao, ciao.